Musik Am Ende unserer tollen Woche in Singapur Nach unserem Kongress, nach dem Lambert Abend und dem L'Oreal Abend waren wir heute bei dem weltberühmten Ultrafestival aus Miami und der Evening war amazing! Nach dem grandiosen Finale mit dem Ultrafestival sind wir jetzt von Singapur aus wieder in Frankfurt gut gelandet